und dann hat man sich doch wie kann ich den die tun wir dann einfach mal dann tun wir alles was da war was ist das denn hier das brauchen wir noch nicht hier rein dann haben wir doch schon ein bisschen aufgeräumt ach ja ist das hier wieder auf räum arbeiten drei wollte ich mir hier lassen sind dann also klein naja egal muss ich dann einfach womit leben geben wir doch was zu essen hier kommt ja kein wunder warum da der magen nicht mitspielt genau und jetzt noch die glas dinge aber ich glaube wir brauchen noch eine ich glaube ich werde hier einfach da wo die fenster hier sind einfachen durchgang machen damit ich mein haus erweitern kann scheint mir eigentlich gar nicht so eine blöde idee zu sein so perfekt jetzt gucken wir noch was wir hier haben fünf bandages und bottled water bottled water tun wir hier rein und die tun wir auch hier rein und die auch hier genau so jetzt kann ich dir nur noch grass das kann ich kaputt haben kaputt schon stirb stirb die schätze ist hartnäckig kann ich nicht irgendwie nach wo ich später spitzak oder was geh da bitte einfach kaputt einfach nicht machen wir es auf die harte tour wie die kann fliegen unfassbar unfassbar einfach unfassbar naja egal jetzt haben wir keine planks mehr dann craften wir mal schnell welche dann hätte ich eigentlich schon mal richtig bock auf mining so die tür glaube ich kaputt jetzt wollte ich gerade mal gucken was wir brauchen um metal strips zu machen guck mal im metal metal strips ja das spiel hat sich minimiert was wollte ich eigentlich nicht was brauchen wir ist das denn krass scrap metal door was brauchen wir hierfür was ist das ich crafte mal so metal strips was ist das was kann ich damit machen was ist das also leather pants die können wir uns mal craften wir voll ausgerüstet sind wo ist er da zack wir sind ja schon fast level ab cool so leather boots können wir uns noch craften wenn wir wenigstens ein bisschen stund rüstung haben so jetzt würde ich gerne mal gucken bucket den brauchen wir nicht gardening den brauchen wir auch nicht wood spikes weiß ich nicht brauchen wir eigentlich auch nicht jetzt gucke ich mal gerade da forged iron und was bräuchten wir für eine scrap metal door scrap metal secure door 8 scrap metal das bedeutet 16 metal fragments ok das machen wir mal eben ich glaube die steine die respawn doch oder sind noch eine menge und ich meine wir hätten viele einfach kaputt gehauen ja du pissvieh du pissvieh man stirb stirb einfach noch so ein Viech man boah wo ist das Viech denn ich hasse diese ich hasse sie wir haben jetzt fünf metal fragments es kommen näher man da ist es da ist es man drecksviecher einfach nur nur diese übelsten drecksviecher 11 sauber man der hat den alter kann man so gleich oder jetzt einfach da ist er dieses mistvieh man was wollen die denn was wollen die denn jetzt hier man was wollen die hier wo ist das ding man verdammt ey verdammt ich hasse es so ok unfassbar naja genau da wollte ich auch noch mach mach mal eben gut frame aber das sieht scheppig aus da kann ich gar nicht haben er sieht immer noch nicht viel besser aus noch eine wood frame kommen so ok das mache ich dann später einfach mit metal fragments metal iron scrap iron ach wie auch immer ok jetzt werden wir mal gucken ob die kaputt geht seit wann gehen die denn nicht kaputt normalerweise gehen die immer kaputt wenn man ähm sachen unter objekten zerstört ok perfekt perfekt ok sauber so jetzt müssen wir das Bett wieder hinstellen dann spawnen wir hier nämlich nicht mehr so jetzt müssen wir uns noch ein forge machen so guck mal so hä nein hä what ich wollte ein forge haben perfekt so dann können wir eigentlich jetzt haben wir metal fragments wood spikes könnten wir ums Haus bauen das das wäre natürlich auch keine schlechte idee so fort haben wir sieht so klein aus plötzlich hm war der schon immer die ganze Zeit so klein merkwürdig holen wir ein campfire perfekter so jetzt haben wir natürlich noch ein paar metal fragments können wir eigentlich mal zu scrap iron machen dann können wir das hier ein bisschen upgraden so so zack und jetzt fangen wir mal hier oben an ich finde das sieht irgendwie schön aus ok so dann hätten wir das auch erledigt und ich würde sagen ich beende hier die folge ähm schön wieder zur nacht naja ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr mir einen daumen hoch geben würdet und wenn ihr mal bei uns im kanal ähm vorbeischauen würdet da haben wir auch noch weitere coole videos die auf jeden fall es wert sind mal angeschaut zu werden also das muss man auf jeden fall sagen so warte mal den mach ich noch eben kurz platt das der sessliche fahrt man und jetzt rein jetzt fangen wir nämlich an zu rennen gut ich beende die folge und ähm like wenn ihr es wenn euch das gefallen hat und dann sehen wir uns in der nächsten folge von Sagen wir nicht so daheim bis dahin ciao 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 ciao